Also wir machen einen Katzentest mit dem Ferdinand und mein Kater hat sich da in der Palme ein Plätzchen zurechtgemacht, wo er ein Mittagsschläfchen macht. Ferdinand steht hier daneben. Schauen wir mal. Ah Ferdinand, siehst du das Katze gar nicht? Ja, da ist er. Ja, er sieht es und er nimmt gar nichts hin. Komm her, Kater. Ja, weißt du. Komm her, Katzen. Wie ich schon dachte, der Ferdinand sieht ihn, aber er will gar nicht hin. Hm, Ferdinand? Hi. Also Ferdinand macht wirklich einen Riesenbogen um ihn herum. Da ist der Kater, da ist der Ferdinand. Und er will absolut nicht hin zum Katzerl. Also ich würde sagen, er ist wirklich verträglich. Mit Katzen kann man ihn sicher gemeinsam halten in der Wohnung. Du bist ein guter Buck, hm, Ferdinand? Bleib unten. Bleib unten. Ja. 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 Ja.